Hallo liebe Kastenwagenfreunde, liebe Clevervancefreunde, heute vor allem, denn heute ist es endlich soweit. Beim Kanal WEN Berlin erfahrt ihr heute nun endlich Details zu den Neuerungen der Modellreihe 2023. Und lange musste ich warten, aber ich habe heute die Fachkompetenz in Person wieder an meiner Seite. Der Henry hat nun endlich am dritten Messe-Tag für mich mal Zeit gefunden. Abendsonntags sitzen wir jetzt hier und werden für euch die Neuerungen kurz durchgehen. Nach einem kleinen Intro geht es auch schon los. Ja, wir melden uns live aus Düsseldorf vom Caravan Salon 2022. Wundert euch nicht, dass wir jetzt ein bisschen beengt hier stehen. Warum? Draußen läuft laute Musik. Die Standparty hat begonnen, mehr oder weniger. Ist für unser Video aber nicht ganz optimal. Von daher haben wir uns jetzt in ein Celebration 2023 hinein verkrochen. Ich werde jetzt hinter die Kamera gehen und der Henry wird mir ein paar Details und euch vor allen Dingen die Details zeigen, die es in der Modellreihe 2023 bei Clever Neues gibt, oder? Harry, warte mal, wir wechseln mal die Position. Ich gehe ein bisschen weiter nach hier hinten. Dann hast du vorne vier mehr Platz und kannst direkt mal darauf eingehen, was es alles so Neues gibt. Hallo, liebe Kastenwagenfreunde, liebe Cleverfreunde. Als allererstes, ja, wir sind Freunde und du darfst mich übrigens Henry nennen, statt Harry. Alles gut, das passt völlig. Ich kann es verstehen. Naja, ich hatte gestern mit Harry zu tun den ganzen Tag. Gebt mir nicht mehr aus dem Kopf. Du kannst ja deine Freunde nennen, wie du möchtest. Von daher, alles gut. Also Harry featuring Henry featuring. Okay, los geht's. Guten Abend, liebe Cleverfreunde, wie schon angekündigt vom Caravan Salon in Düsseldorf. Herzlich willkommen mit ein paar Neuigkeiten. Wir stehen jetzt gerade in einem Clever Celebration 2023 und sehen hier schon mal wunderbar das neue Dekor. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Es hat eine schöne Maserung, macht so einen kleinen Eindruck auch auf das ehemalige Dekor Birke, weil es schön hell und freundlich ist. Es löst im Jahr 2023 das Seriendekor Sonoma ab. Gibt es auch übrigens nicht mehr, nicht mehr als Sonderausstattung. Genau. Es entfällt komplett und wird durch Ahorn ersetzt und ich finde es wirklich gelungen, weil es wirklich sehr, sehr schön aussieht. Das ist aber wie alles im Leben halt Geschmackssache. Ansonsten sehen wir hier Style-Klappen, wie schon im letzten Jahr. Für die bessere Haptik finde ich persönlich wesentlich schöner als die Push-Variante vorher. Und da wir jetzt gerade hier vorne stehen, wir sehen hier schon mal... Wir müssen uns jetzt hier dran halten. Es gibt so viele Neuerungen, wirklich Schlagaufwand. Der Bedienblock sozusagen, das neue Küchen fällt. Mit den integrierten Bedienfeldern. Wieder zwei Flammen. Was ich schön finde, ein etwas größeres, dass man auch mal die Pfanne für das Rührei Morgens oder auch mal für die Kartoffeln aufsetzen kann. Machen wir uns nichts vor. Fleisch und Fisch werden wir hier niemals drinne braten. Aber für die kleine Verköstigung, dass man mal Kartoffeln etc. aufsetzen kann, ist jetzt auch gesorgt, ohne dass die Tasten verbrennen. Das Spülweg scheint mir auch größer zu sein. Das ist etwas tiefer geworden. Finde ich auch persönlich schöner. Natürlich etwas kleiner wegen den Abschrägungen. Und für den einen halt das Schöne noch die versenkbare Armatur, sodass es einen aufgeräumten Anblick hat. Und auch die Optik vom Abstellglas ist verändert worden. So Henry, was gibt es bei den Polsterungen neu? Neu Serienpolster ist Captain Share geblieben. Aber wir stehen auch gerade direkt davor. Wir haben einen wunderschönen Ledersitz mit weiß umsteppten Rauten. Wir kennen es ja schon aus dem vergangenen Jahr mit den Rautenmuster. Hier nochmal etwas angepasst und komplett in Leder. Sehr schön doppelt vernäht und sieht sehr sportlich aus. Die Sitzqualität ist natürlich geblieben. Sie sitzen sich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich mach dir mal oben das Licht mit aus. Wir haben oben noch eine Änderung. Dem einen oder anderen ist es gerade schon mit aufgefallen. Wir haben eine Fahrerausbeleuchtung. Separat zu schalten, rechts, links, leicht dimmbar. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wir kennen die Fahrerausbeleuchtung schon etwas länger. Aber hier halt nochmal schön, dass man sie separat auf beiden Seiten mit schalten kann. Und natürlich jetzt auch mehr Licht hat in der Dinette, wenn man nur eine Lampe wählt. Optional natürlich die zweite immer mit zu bestellen oder bestellbar. Gerade in Verbindung mit dem Aufstelldach wurde es immer empfohlen. Und wir haben natürlich für euch auch nochmal, ich würde jetzt kurz mal das Zepter übernehmen. Und zwar, ich schwenke mal einfach nach oben und wir sehen es hier schon. Das heißt, wir haben endlich, endlich ein Hickey im Aufstelldach. Ja, Maß ist noch nicht so richtig klar, muss man dazu sagen. Laut Pressekonferenz 70x50, aber ob das dann so bleibt oder ob es ein kleiner oder größer, wollen wir mal jetzt nicht so... Genau, da werden wir uns überraschen lassen. Die Hauptsache ist erstmal, dass ein Hickey verbaut wird und natürlich mehr Lichteinfall. Und wir sehen es, es ist kein Heiligenschein, nein, es ist eine LED-Beleuchtung oben im Schlafdach. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schön. Gerade im dunklen Schlafdach, wo es ja vorher immer sehr, sehr dunkel wurde oder war, haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Beleuchtung dazu zu schalten, die rundum laufend ist. Und das ist natürlich so der krönende Abschluss. Ich übergebe mal wieder das... Eine penefilde Kamerafahrt. Ja, wenn ich was kann, dann wild. Ja. Wir sehen auch hier nochmal die optional bestellbare dunklere Arbeitsplatte. Finde ich sehr hochwertig. Sieht natürlich auch etwas schöner aus jetzt im Kontrast mit dem Ahorn zusammen. Wir sehen es mal. Ich schwinde mal auf die andere Seite. Ja. Gerade hier auf der Seite im Küchenblock. Wir haben hier auch die dunkle Arbeitsplatte, das neue Ahorn-Dekor. Und das ist natürlich ein wunderschöner Kontrast. Alternativ gibt es aber noch das hellere Grau, oder? Ähm, bei den Arbeitsplatten, das ist das Standard, das ist serienmäßig und das dunklere Grau ist aufpreispflichtig zu bestellen. Achso, okay. Wir stehen jetzt gerade hier und ich mache jetzt mal kurz einmal das Licht aus und öffne mal einfach mal das Bad. Mit der neuen? Mit der neuen serienmäßigen Lamellentür. Das heißt, und Simsalabim, es geht automatisch das Licht an. Okay. Licht mit Drehungsmelder. Genau. Da oben sitzt er auch. Da oben seht ihr ihn. Ja, das würde den ein oder anderen freuen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Ich persönlich finde es schön, weil es endlich mal ein helles Licht ist. Ja, das stimmt. Weil diese kleine Dreieckslampe in der Ecke war es doch etwas spärlich beleuchtet. Und natürlich klassisch, altbewährt, das Clever Bad. Ja. Mit der Fettford C220 Chemietoilette. Ganz genau. Ja. Aber es muss ja nicht, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sage jetzt nur einmal Stichwort Solbio. Ja. Da bin ich wirklich begeistert von. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Biologisch Abbau, aber leichter Minzgeruch. Wirklich perfekt. Ich mache es mal nochmal. In einer Frage, das war ich nur kurz, wurde die Frage gestellt, wie verschlossen ist genau die Tür. Also es ist natürlich, es ist ein bewegliches Element. Also wer jetzt davon ausgeht, dass es hier luftdicht oder geräuschdicht ist, also ist es nicht. In Anführungsstrichen schon etwas, es ist schon abgeschüttet. Wir haben ein Magnetband auf der rechten Seite liegen. Wir haben den Schließmechanismus und wir sehen es jetzt, wenn ich schließe, es rastet an. Wir haben natürlich unten, das ist auch ganz klar, weil dadurch entfällt ja der Vorhang. Richtig. Es ist innenlaufend in der Duschtrasse mit, sodass das Wasser ablaufen kann. Und da wir hier keine großen Spaltmaße haben, einfach mit einem Mikrofasertuch abgewischt von innen. Ja. Sauber, fertig. Ja, es ging beim Kommentar darum, inwieweit man was hört, wenn man drin geschäftlich aktiv ist und draußen ein anderer ist. Gut, machen wir uns nichts vor. Aber wir sind im Kastenwagen. Genau, wir sitzen im 599er Kastenwagen. Wenn meine Frau hinten schläft, hört sie natürlich schon, wenn ich mir die Zähne putze, sage ich jetzt mal. Ganz klar. Aber das ist halt auch Camping. Wir sind nicht in einer Dreiraumwohnung. Wir sind schon, finde ich, im perfekten Kastenwagen, weil der Celebration ist so mein Favorit. Wir haben einen Vitry Frigo Kühlschrank, was ich persönlich sehr, sehr schön finde und meine Frau sehr schätzt. Ablage, das ist ja der Standard. Das ist auch so geblieben. Wir müssen wieder zurückkommen zu den Neuerungen, damit wir uns jetzt hier nicht ganz verlieren in dem, was in dem Celebration jetzt hier drin ist. Aber wir wollen ja hauptsächlich über die Neuerungen sprechen. Genau. Entschuldigung deswegen. Aber was gibt es noch? Thema Leistung, also Batterie beispielsweise. Wir haben serienmäßig im Jahr 2023 eine 100 Ampere Lithium Batterie verbaut. Die serienmäßige AGM Batterie entfällt, bedeutet serienmäßig jetzt ab Modelljahr 2023 natürlich die 100 Ampere Lithium Batterie mit verbaut. Mehr Spaß in der Autarkie. Das heißt, ihr könnt länger autark stehen in Verbindung dann mit der Lithium Batterie oder Aufrüstung auf eine 200 Ampere. Wird die wieder jungen sein? Genau. Wir können ja dann nachher einmal ein paar Bilder mit einblenden, wo wir euch die Batterie mit zeigen. Oder auch, wir sehen uns ja am Mittwoch nochmal und werden dann nochmal ausführlich am Tage für euch berichten, in die Modelle auch mit reingehen. Natürlich im laufenden Betrieb, aber das ist eine Messe und ihr wollt es sehen. Wir zeigen es euch. So Küche. Also, naja, bei der Küche gibt es noch folgende Neuerungen. Also wir müssen zwischendurch mal auf unseren Spickzetteln ein bisschen gucken, weil es ist wirklich eine ganze Menge, was es hier Neues gibt. Es ist wirklich eine ganze Menge, ja. Und von daher entschuldige ich das, dass es vielleicht nicht ganz so flüssig läuft. Aber, also ich habe mir noch aufgeschrieben, drei Kilo Gas im Küchenblock. Wenn es eine Dieselheizung verbaut wurde, einige kennen es ja schon aus den anderen Kastenwegen. Bedeutet, wir haben eine Dieselheizung bestellt oder ihr habt eine Dieselheizung bestellt, dann entfällt sozusagen der Gaskasten, der eh überflüssig ist. Weil wozu, wenn wir mit Diesel heizen? Dann haben wir im Küchenblock verbaut, eine kleine Klappe, die wir nutzen können für die, oder die genutzt wird für die Gasflasche. Das heißt, drei Kilo Gas reicht vollkommen aus, um die zwei Kochfelder rein theoretisch die komplette Saison zu betreiben. Echt? Drei Kilo? Ja, das ist ja gut. Wie schon angedeutet, wir werden hier kein Fleisch oder drei Gänge im Menü kochen. Dafür hat man seine Kochstation mit draußen. Du, was meinst du, was wir alles damit machen? Ja, das schon, aber ich würde mir hier kein Fleisch oder Fisch brateln. Wir haben jetzt hier noch, wenn du kurz einmal nach oben schwenkst, technisch bedingt noch das CP-Plus Bedienelement von Truma. Aber wir haben jetzt das Truma iNet-X Up-Modell R23 mit verbaut. Hat natürlich den Vorteil App gesteuert. Das heißt, ihr könnt mit eurem Smartphone Heizung und Warmwasser steuern, genauso wie Belüftung. Es hat ein etwas größeres Display. Auch hier zeigen wir euch gerne nochmal Bilder. Wir haben es in einigen Modellen mit auf der Messe mit bei. Aber hier in dem Zelebration leider noch, weil es eine Vorfertigung war, ein CP-Plus Bedienelement. Gut, ich schaue mal, ob ich das im anderen Wend nachher noch finde und dann werde ich euch das mit einblenden, was wir da finden. Okay, so, dann heißt es noch Fußboden mit neuem Design. Ich weiß nicht, hier, der sieht noch nach dem Walden aus. Das ist noch alt in dem Sinne. Das ist ja auch schon der Überarbeitete. Er war ja vorher etwas krisselig und etwas rauer gestaltet. Hier ist eine etwas glattere Oberfläche. Das bedeutet leichteres Reinigen und vor allen Dingen einmal mit dem Besen rüber und es ist sauber. Aber auch da wird es eventuell nochmal etwas Neues geben. Genau. Schauen wir mal. So, was sagt die Liste noch? Wir haben das Thema Badkonzept in den neuen Fahrzeugen. Jetzt kommen wir jetzt mal zu neuen Grundrissen vielleicht oder zu alten Grundrissen. Wir werfen am besten mal einen Blick auf die Grundrisse. Hier heißt es ja in dem Prospekt unsere Modelle. Und wenn ihr das hier seht, da ist der Tour drin. Jetzt müssen wir die Kamera umschwenken, damit man das besser und schärfer sieht. Wir sehen den Tour. Wir sehen den Celebration. Wir sehen Vario Kids. Der Tour 45, das Celebration Vario Kids in 6 Meter Länge. Den Runner in 6,36. Den Maxivan. Und wir haben den Flex einmal. Den Maxivan mit Querbetten. Den Flex mit Längsbetten. Wir sehen eine kleine Ähnlichkeit zum Moana. Doch ein komplett neues Fahrzeug in dem Sinne in Anführungsstrichen. Und wir haben in dem Maxivan ein revolutionäres Badkonzept. Dazu zeigen wir euch mehr am Mittwoch. Ich finde es sehr gut gelöst. Es wird was komplett oder es ist was komplett Neues. Es ist ein schönes großes Bad mit einer schönen großen Duschstraße. Man kann das Bad variabel verändern. Das heißt, das Bett kann man verändern, um das Bad zu vergrößern. Das zeigen wir euch dann nochmal im Großen. Dann müssen wir darüber reden. Das neue Badkonzept ist meiner Meinung nach in der Studie von Mercedes und vom Renault mit drin. In den neuen Fahrzeugen hatte ich gerade was anderes. Du hast gesagt, dass das im Maxivan mit drin ist. Oder im Flex weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, die sind noch so. Aber es gibt die neue Designstudie. Ein, zwei Bilder werde ich euch gleich reinschneiden, damit ihr das mal seht. Aber da ist das, wo man das Bett umbauen kann, zum Bad vergrößern kann. Man verkleinert quasi das Bett und vergrößert damit mit einem einfachen Auszug das Bad. Verzeiht, wenn wir jetzt gerade etwas durcheinander gekommen sind. Wir haben es jetzt 19.30 Uhr gleich. Ich bin seit heute Morgen hier auf der Messe. Alles gut. Das ist kein Problem. Den ganzen Tag am Reden. Aber wir werden euch dann nochmal die Videos vorstellen und euch auch zeigen. Genau. So und dann möchte ich noch auf einen Punkt vielleicht eingehen, wenn wir die Modelle sehen. Es gibt ja einige Modelle nicht mehr. Das hast du jetzt sicherlich besser im Kopf. Aber mir fehlt hier der Move. Warum? Weil ich ja selber den Move habe. Und vermisse den hier irgendwo mit freier Sichtachse nach hinten. Also der fehlt mir. Und viele haben gefragt, was ist denn mit dem Sunny? Sunny 45 in der Modellreihe 2023. Und da kann man ganz klar sagen, der Clever Move, der ist leider aus der Palette rausgenommen. Der Move 600. Ob er nochmal produziert wird, werden wir sehen. Erstmal gibt es ihn im Modell 23 nicht mehr zu bestellen. Zum Clever Sunny und für Clever Sunny Kunden. Er wird produziert. Er wurde schon produziert. Die Produktion läuft. Aber wir können noch nichts zum Liefertermin sagen. Es werden so einige Änderungen geben oder es wird einige Änderungen geben. Clever erweitert seine Produktionsstätte. Clever hat ein neues Werk im Petto. Das heißt, dass auch die Kapazitäten ausgebaut werden, wenn dann die Chassis-Lieferprobleme so ein bisschen nachlassen. Aber um das ganz klar nochmal zu sagen, den Sunny wird es in 2023 nicht geben. Also da braucht keiner drauf warten, dass er den nochmal bestellen kann. Aktuell. Auch das, da muss ich dir kurz mal ins Wort fallen. Es ist noch nicht hundertprozentig beschlossen. Man muss sehen, wie sich die Zeit natürlich entwickelt, wie sich das neue Werk entwickelt. Wie schon angedeutet, auf Mercedes-Basis wird jetzt auch im Clever-Bereich gebaut. Auf Mercedes-Chassis. Und dafür gibt es jetzt auch das neue Werk. Und je nachdem, wie man dann mit den Kapazitäten, wie sich die nächste Zeit entwickelt, wird Clever in diesem Jahr aber noch entscheiden, ob es den Clever Sunny wieder bestellbar gibt. Und zu welchen von den Zonen vor allen Dingen. Okay. Gut. Dann, also ich lasse es mal so stehen. Also ich persönlich glaube nicht dran. Also ich habe ja verdammt viele Anfragen bekommen über meinen Kanal, dass ich doch so ein Sunny besorgen soll. Und wo ich immer sage, vergesst es einfach. Also ich bekomme für den jetzt noch täglich Anrufe. Na ja klar. Erst vor zwei Stunden der letzte Anruf. Zwecks Clever Sunnys. Ich möchte fünf bestellen. Geht es noch? Ich möchte hier sechs bestellen. Ich hätte gerne rein. Natürlich möchten wir alle Pursi-Center und alle Clever-Händler natürlich verkaufen. Aber die momentane Situation, ich denke darüber brauchen wir nicht sprechen. Jetzt komme ich nochmal rüber hier, damit wir uns beide seht. Einen letzten Punkt habe ich gerade noch auf dem Zettel gesehen. Beim Tour 540 wird das Bad verändert. Genau. Das heißt dieses schöne Schwenkbad, was wir ja auch schön bei euch und auf dem Hof gefilmt haben. Stopp. Es ist ja kein Schwenkbad. Nur die Toilette wurde geschwenkt. Ja natürlich. Das Schwenk-WC. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Da hatte meine Frau auch immer Probleme alleine das WC zu schwenken. Und für alle Cleveratur-Begeisterten, es wird das Cleverley-Bad. Warte, das ist hinten. Das ist eher gegenlicht. Wir lassen es einfach aus. Das Cleverley-Bad finde ich altbewährt. Sehr, sehr schön. Man hat mehr Platz beim Duschen. Es wird ab 2023 verändert. Das heißt, die Schwenk-Toilette, wenn man duschen möchte, braucht man sie nicht mehr zur Seite schieben. Es ist eine fest verbaute Toilette. Natürlich altbewährt mit dem oberen Ring zum Drehen. Aber ich finde es wirklich klasse, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Es hat gewisse Vorteile, dass es jetzt anders ist. Richtig. Also ohne jetzt zu sehr auf das Negative eingehen zu wollen, weil das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber es hat halt zwei Varianten. Aber Fakt ist, im neuen gibt es das Schwenk-WC so nicht mehr. Es wird ein anderes Bart-Konzept sein. Ganz genau. Beim Clever-Tour 45. Clever-Tour 45. So, das glaube ich soll es für die Schnelle, so schnell war das jetzt gar nicht, aber soll es für den Moment gewesen sein. Ich schaue jetzt schnell noch in die anderen Autos, ob ich die Details, da kommst du am besten noch mal kurz mit, dass wir dann mal schauen, ob wir da wenigstens ein bisschen Videomaterial noch zusammenkriegen, was wir euch dann in dem Video mit einblenden können. Der Henry, featuring Harry, mit seinem Harry, also der Henry und der André verabschieden sich vom Caravan Salon 2022. Wir bleiben noch mehr oder weniger so ein bisschen länger noch als ich, aber wir sind ja auch noch vor Ort. Wenn ihr also Interesse habt, kommt vorbei. Es lohnt sich. Also es ist riesig und es ist mega Auswahl und Clever hat wunderbare, schöne Autos hier zu stehen, die ihr euch alle anschauen könnt. Oder? Haben wir noch irgendwas? Mir bleibt nur noch ein schöner Abend. Bis dann. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.